So Leute, 2022 war ein echt verrücktes Jahr für den Kryptomarkt. Wir hatten den Kollaps von Luna, wir hatten den Kollaps von FTX, Celsius und jetzt gerade stecken wir inmitten des Kollapses des Kryptoländers Genesis. Jetzt gibt es allerdings eine wichtige Sache, die gerade hier passiert. Ein ziemlich wichtiger Spieler, der könnte in diesem Moment tatsächlich schon in der Warteschlange stecken, der Nächste zu sein. Und das könnte wiederum, oder was heißt könnte, das würde auf jeden Fall riesige Auswirkungen auf den Kryptomarkt haben, sollte sich das Ganze als wahr herausstellen. Ich werde euch also gleich alle Details zeigen, die ihr kennen müsst. Dann werde ich erklären, warum dieser Spieler absolut dazu führen könnte, dass der Kryptomarkt 2023 in sich zusammenfällt. Aus diesem Grund bleibt auf alle Fälle wie immer dran und damit willkommen zurück meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke und dann lasst uns jetzt direkt mal loslegen. Was wir hier sehen können ist, dass Bitcoin immer noch unter dem Widerstandslevel bei 17.000 ist. Wir bewegen uns also immer noch mit Bitcoin. Dann bei den traditionellen Märkten, da befinden wir uns in einem ähnlichen Zustand. Wir bewegen uns im Grunde genommen seit gut zwei oder drei Wochen seitwärts. Im Grunde genommen ist also nichts Außergewöhnliches passiert. Klar, mein Bot, der läuft nicht schlecht, um ehrlich zu sein, aber natürlich braucht der Bot Volatilität, um mehr Gewinne zu erzielen. Und momentan, ja, er geht schon auf acht Prozent zu. Das letzte Mal, als ich euch den Fortschrift gezeigt habe, da waren wir gerade bei sieben Prozent. Also er macht definitiv ein bisschen mehr Geld, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass er etwas langsamer ist, als das, was wir eigentlich machen sollten, wenn wir ein bisschen mehr Volatilität für Bitcoin hätten. Trotzdem, der Bot ist immer noch profitabel, was nicht heißt, dass ich nicht ein bisschen mehr Volatilität begrüßen würde, was eventuell bald passieren könnte. Das Ding ist dämlich, wir haben momentan eine super interessante Sache. Das Erste, worauf wir achten müssen, ist, dass Tron heute ziemlich stark gefallen ist. Tron ist in den letzten 24 Stunden gute acht Prozent nach unten gefallen. Schaut mal diesen großen Drop an. Und außerdem, auch der Yobi-Token ist ziemlich stark gesunken. Der Yobi-Token ist, also wenn man sich die letzten paar Tage mal anschaut, kann man sehen, der Yobi-Token ist im Grunde genommen seit gestern ziemlich stark gesunken. Jetzt stellt sich natürlich der Frage, warum das der Fall ist. Und der Yobi-Token, falls ihr das nicht wisst, ist der Exchange-Token von Yobi, der chinesische Exchange. Und diese Exchange wurde von Justin Sun, also dem Grüner von Tron, vor gerade mal ein paar Monaten gekauft. Justin Sun ist also ein ziemlich großer Crypto-OG, einer der reichsten Personen im Crypto-Space. Und er besitzt jetzt auf jeden Fall Yobi, hat die vor ein paar Monaten gekauft. Und ich glaube auch Poloniex, was auch ein Altcoin-Exchange ist, die, ja, früher ist schon ein bisschen länger her, da war es einer der beliebtesten Exchanges. Trotzdem, auf jeden Fall können wir momentan eine ziemlich gefährliche Sache sehen, weil wir haben definitiv einige Warnzeichen. Im Grunde genommen hat das Ganze mit dem hier angefangen, als Justin Sun den ganzen Mitarbeitern auf Yobi gesagt hat, dass alle Mitarbeiter ihr Gehalt von Fiat-Währung zu Yustity oder eben Yustity ändern sollten. Er war also nicht in der Lage dazu, die Mitarbeiter, ja, im Grunde genommen nicht mehr mit Fiat zu bezahlen. Das ist ja jetzt gerade mal ein paar Tage her und seitdem gab es natürlich auch viele Proteste von Angestellten, die hier gehalten, ja, nicht unbedingt in Kryptowährung erhalten möchten, weil sie Rechnung bezahlen müssen. Und ja, man kann nun mal mittlerweile nicht alle Rechnungen in Kryptowährung bezahlen. Das war auf jeden Fall der Fall. Das ist der Grund, warum alles angefangen hat. Was wir auch gesehen haben, ist, dass wir wahnsinnige Mengen an Outflows auf Yobi gesehen haben. Also viele Leute, klar, also ein paar haben am 15. eingezahlt, da gab es viele Einzahlungen. Aber seitdem haben wir eigentlich gesehen, dass wir massive Abhebungen hatten. Und vor allem in den letzten 24 Stunden haben wir diese riesigen Abhebungen auf Yobi. Eine ganze Menge Nettoabhebungen auf der Yobi Exchange. Das sind 75 Millionen Dollar an Stablecoins oder Krypto ganz allgemein. Die wurden innerhalb der letzten 24 Stunden alleine von Yobi abgezogen. Die Frage ist jetzt natürlich, wird Yobi, Justin Sun, stecken die in Schwierigkeiten? Und warum ist das überhaupt wichtig? Doch bevor ich darüber spreche, Leute, ihr müsst einfach verstehen, genauso wie ich bereits gesagt habe, Justin Sun, er selbst ist einer der einflussreichsten Menschen am Kryptomarkt. Er hat so viel Krypto oder zumindest müsste er rein theoretisch so viel Kryptowährung haben, dass er selbst, also wenn er alle seine Kryptos verkaufen würde, dann würde das schon zu einem massiven Crash am Kryptospice führen. Er müsste also, wie gesagt, eigentlich eine Menge Geld haben. Und nicht nur das, er ist auch der Grüner von Tron, was auch einer der, ja, ich würde sagen, eher größeren Kryptoprojekte am Kryptomarkt ist. Und natürlich ist er auch der Typ, der eine ganze Menge verschiedener Interesse an verschiedenen Kryptounternehmen hat, wie zum Beispiel Yobi, Poloniex und überall am Kryptospace verteilt. Im Grunde hat er auch in der Vergangenheit ziemlich viele zwielichtige Sachen gemacht, macht er wahrscheinlich heutzutage immer noch. Die Frage ist einfach nur, geht der momentan zu weit? Weil gerade erst heute hat Justin Sun 62 Millionen Dollar an USDT und 60 Millionen USDT aus Justland abgezogen, was ein Projekt auf Tron ist. Zusätzlich dazu hat er dann nochmal 100 Millionen TRC20 USDT, also USDT auf den Tron-Netzwerk, zu ERC20 USDT umgetauscht und USDC, was auf dem Ethereum-Netzwerk ist. Vielleicht nutzt er das also, mit den großen Vermögensabflüssen von Yobi umzugehen. Während die Leute also aus Yobi die Sachen abziehen, hat er das vielleicht gemacht, um die Reserven auf der Exchange wieder aufzufüllen. Und seitdem haben wir immer mehr von diesen Überweisungen gesehen. Immer mehr Transfere in USDT von Justin Sun zu Binance. Es sieht also on-chain zumindest danach aus, dass er versucht, die ganzen Reserven wieder aufzufüllen, weil die Leute natürlich momentan wie verrückt von Yobi abziehen. Jetzt lasst uns allerdings mal ein paar weitere Details besprechen. Das hier ist Spekulation oder zum Teil Spekulation. Allerdings gibt es dafür natürlich auch ein paar Beweise. Lasst mich allerdings mal von Anfang an anfangen. Und ihr müsst verstehen, dass einige dieser Sachen noch nicht bestätigt sind. Trotzdem, das sind die gleichen Sachen, die man auch bei Celsius gesehen hat. Die gleichen Sachen, die man auch bei FTX gesehen hat, bevor alles bestätigt gewesen ist. Deshalb lasst uns das Ganze mal anschauen. Was dieser Autor auf jeden Fall sagt, ist, dass Yobi in Echtzeit zu schmelzen scheint. Möglicherweise zusammen mit seiner Exzellenz, so wie sich Justin Sun ja selber nennt. Wir haben einen Shotdown der IAMS von Mitarbeitern. Vielleicht wurden eine ganze Menge entlassen und sind jetzt wütend. Die Leute, also Mitarbeiter von Yobi, kommen raus und sagen, dass, ja, irgendetwas ist definitiv nicht richtig mit Yobi und sie beschweren sich momentan auf Twitter. Offenbar hat Justin Sun auch versucht, das Unternehmen aufzulösen, was vermutlich dann wieder alle Mitarbeiter arbeitslos machen würde. Erinnert ihr euch? Erst gestern wurde berichtet, dass Justin Sun versucht hatte, Yobi Mitarbeiter in UST und USTC zu bezahlen. Und zu Tether ist hier ein Twitter-Nutzer, der Gerüchte teilt, dass es Bedenken gibt, dass das Ganze zu Tron und sein Unternehmen von PULS überschwappen könnte. PULS ist im Grunde genommen die chinesische Version von LinkedIn. Denn ehemalige oder derzeitige Mitarbeiter von Yobi fangen an, ihre Bedenken auf PULS zu äußern, was ein Äquivalent, wie gesagt, zu LinkedIn ist auf dem chinesischen Markt. Und außerdem will ich nochmal in den Raum schmeißen, dass alt die Who Exchange, also als der CEO einen Rockpool abgezogen hat, was ja eine andere chinesische Exchange gewesen ist, als er einen Rockpool abgezogen hat, hat er seine Angestellten monatelang nicht bezahlt. Die sind dann auch auf Twitter rausgegangen und haben alles gesagt, bevor das Ganze rausgekommen ist. Und außerdem haben wir noch das hier, denn gerade erst gestern ist das Justizministerium rausgekommen und haben Gelder von über 90 Millionen Dollar auf der Silvergate Bank beschlagnahmt. Das ist ja eine Kryptobank und ein Teil dieser Gelder gehörte zu FTX. Aber jetzt ratet mal, wer noch bei Silvergate Bank ist. Ganz genau, Yobi ist auch bei Silvergate Bank. Also vielleicht wurde ein Teil dieser Gelder beschlagnahmt und Yobi ist jetzt momentan nicht mehr in der Lage dazu, darauf zuzugreifen, weshalb sie eine Liquiditätskrise haben. Ein weiteres wichtiges Detail ist, dass Yobi in letzter Zeit Bonk und Pi verkauft hat, was, um ehrlich zu sein, wie absolute Scams aussieht. Das Ganze sieht aus wie ein Ponzi-Scheme, aber die wurden auf jeden Fall auf Yobi aufgeführt. Und das Problem ist, dass einer der Entwickler von Pi darauf hingewiesen hat, dass Pi noch nicht mal gemintet ist. Es gibt gar keine Pi-Token. Was hat Justin Sun auf Yobi eigentlich überhaupt verkauft? War es ein IOU? Na ja, zumindest war es schon mal nicht der eigentliche Pi-Token, weil es ihn noch nicht gibt. Also das kommt von einem der Entwickler von Pi Network. Die ganze Sache ist definitiv eine ziemlich seltsame Sache. Und wenn man sich mal die richtigen Zahlen anschaut, dann scheint es so, als ob in den letzten 24 Stunden etwa 3,5 Prozent der gesamten Reserven von Yobi abgezogen wurden. Außerdem erinnert ihr euch daran, dass die FTX-Reserven in gerade mal vier Tagen aufgebraucht waren. Jetzt wird es natürlich super spekulativ, aber im Jahr 2019 wurde Tether tatsächlich auf Tron gestartet, was ja Justin Suns Netzwerk ist. Und ups, also hier, das war das Statement. Hier kann man sehen, dass Tron oder Tether im Jahr 2019 auf Tron gestartet wurde. Jetzt wird spekuliert, dass damals gefälschte Tether ausgegeben wurden, um verschiedene Kryptomärkte zu pumpen und Geld zu waschen und so weiter. Und hier gibt es jetzt eine ziemlich interessante Sache, die tatsächlich genau hier auf der Blockchain ist. Und das ist, wenn man sich mal die Menge der verbrannten und gemindeten Tether anschaut, dann hat Tron das meiste Volumen im Vergleich zu Bitcoin, EOS und Ethereum, wo Tether ja auch existiert. Warum sollte man mehr Tether auf Tron minten und auch geburnt haben auf Tron als auf Ethereum, was ja eigentlich das größte Netzwerk ist? Und hier wird jetzt spekuliert, dass es eine tiefe Verbindung zwischen FTX, Justin Sun und Yobi gegeben hat, weil der wirklich größte Kunde von USDT und eigentlich auch der einzige Kunde von USDT auf Tron war tatsächlich FTX selbst. FTX hat riesige Mengen von USDT auf den Tron-Netzwerk gehalten. Das wirft natürlich die Frage auf, ob sie die Tether einfach so aus dem Nichts gemacht haben oder ob es wirklich gebackt gewesen ist. Und es stellt sich heraus, dass die USDT tatsächlich gedeckt gewesen sind, aber mit einer Operation, die FTX und Alameda Research in Hongkong durchgeführt haben. Da haben sie Geld von Leuten genommen, die Kryptowährung kaufen möchten. Die haben das Ganze in Cash entgegengenommen und dann würden sie den Leuten Bitcoin geben. Also haben dann das ganze Cash genommen, haben das in USDT umgewandelt und mit diesem Geld haben sie dann Bitcoin gekauft. Das war auf jeden Fall diese Operation, die Alameda Research in den frühen Tagen durchgeführt hat. Und erinnert ihr euch an den Artikel, wie FTX Hongkong Cash für Krypto-Geschäfte nutzt, um sein Wachstum anzukurbeln? Leute, es gibt weiterhin immer wieder Updates von mir. Deshalb abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn je mehr hier passiert, ich werde euch wie immer auf dem Laufenden halten. Justin Sun, er selbst ist auch rausgekommen und hat sich geäußert und natürlich alles dementiert. Er hat gesagt, ja, wir bauen einfach weiter, ignoriert den FAT und so weiter. Und ja, wir müssen einfach mal abwarten. Ich persönlich würde auf jeden Fall schon mal kein Geld mehr auf Huobi haben. Ich sage jetzt nicht, dass sie nötigerweise untergehen werden. Wahrscheinlich hat Justin Sun selber genug Geld, um alles zu decken. Aber ich meine einfach, wofür das Risiko eingehen? Vorsicht ist besser als Nachsicht, auch wenn ich Huobi sowieso nicht benutze. Deshalb, Leute, passt auf euch auf. Das könnte ein riesiges Ereignis sein, was hier passieren könnte. Dann noch ein paar weitere Sachen. Wir haben den ehemaligen CEO, mit Chinsky von Celsius und der wird von New York State für Betrug von Investoren verklagt. Zu guter Letzt können wir hier vielleicht doch ein bisschen Gerechtigkeit sehen, was ja auch schon mal schön ist. Dann, Kryptoländer Genesis haben natürlich massive Probleme, was wir ja wissen, aber sie entlassen 30 Prozent mehr von ihren Mitarbeitern, um möglicherweise versuchen, ein bisschen Geld mit ihrem Geschäft zu machen. Also wir müssen mal schauen, was auch hierbei rauskommt. Und wie immer, Leute, ihr habt noch ein paar Tage Zeit, um dieses riesige Angebot zu nutzen, wo ihr auf OKEx einen Rabatt von 15 Prozent und zwar auf Lebenszeit bekommt, wenn ihr euch über meinen Link in der Videobeschreibung anmeldet und nochmal bis zu 40.000 Dollar in Trading Boni. Im Grunde genommen war es das dann auch für das heutige Video. Wie immer, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.